Ja genau, wir grüßen Sie. Ja genau, wir grüßen Sie. Die haben Sie schon gemacht. Wie ist es? Das reicht doch. Das reicht doch. Das reicht doch. Das ist ein Tritt. Das ist ein Tritt. Und der zweite? Ja, mein Vater ist schon in der Zeit. Heute passiert der erste Spatenstich für die Errichtung des temporären Andachts- und Ausstellungsgebäudes, welches am 23. Juni 2011, bitte zu vermerken, 2011, ich verbirge mich für das Datum, hinter Ihnen errichtet sein wird. Schön, dass Sie alle da sind. Wir stechen jetzt in die Erde. Danach steht Herr Killinga zur Verfügung und ich höre, dass die Fördergesellschaft für unsere Fröhlichkeit mit einem Glas Sekt weiter befördert, zu dem ich im Namen der Fördergesellschaft dann auch gern einlade. Jetzt bitte ich um klare Anweisung der Kameraträger, wie sie uns am besten ins Bild setzen. Wir müssen ja Leitzeiten schmeißen, Herr Rohmerer. Wir müssen schon wildere Löcher werden. Wir müssen gleichschiffen. Okay, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Jens, zwei, drei. Ich habe Sie. Danke, ich ist super herzlich. Ich habe sie jetzt nicht mehr.